Herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag Rächende Geister, Agatha Christie und der Orient Agatha Christie ist ja heute immer noch die Autorin mit der höchsten Auflage ever an die vier Milliarden Bücher und auch die Zahl der Sprachen, in die ihre Werke übersetzt wurden, ist unerreicht. Außerdem hat sie das Theaterstück Die Mausefalle verfasst, dass das am längsten ununterbrochen auf einer Bühne aufgeführte Stück überhaupt ist und dem Ganzen hat nur Corona ein vorübergehendes Ende gesetzt. Weniger bekannt jedoch dürfte sein, dass Agatha Christie oder wir greifen ein wenig vorweg und nennen ihren vollständigen Namen Agatha Christie Mellouen an der Seite ihres zweiten Ehemannes des vorderasiatischen Archäologen Max Mellouen sozusagen eine zweite Karriere gehabt hat, die sie zu einem veritablen Mitglied der jeweiligen Grabungsmannschaft werden ließ. Sie hat über Jahrzehnte hinweg nahezu jedes Jahr mehrere Monate im vorderen Orient, überwiegend in Syrien, im Irak zugebracht. Dazu kamen viele Reisen, auch in andere Länder und sie hat nicht nur dort vor Ort geschrieben, sie war ja eine Vielschreiberin, die jedes Jahr mindestens einen Roman verfasst hat, sondern auch, und damit wollen wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen, viele ihrer Anregungen aus dieser ganz praktischen Arbeit und aus den verschiedenen Reisen und den Erlebnissen, die sie da manchmal auch recht drastisch zu schildern weiß, gezogen. Wir sind über ihr Leben durch eine lange Biografie recht gut unterrichtet und es ist mir nicht gelungen herauszubekommen, in wie viele Sprachen nun tatsächlich ihre Romane übersetzt worden sind. Da müsste man sehr, sehr lange recherchieren und all das, was ich so gefunden habe, widerspricht sich zum Teil, nennt verschiedene Zahlen. Und es ist ja auch so, dass immer neue Generationen von Lesern heranwachsen durch die aktuellen Verfilmungen, sei es für ganze Fernsehserien oder eben auch fürs Kino, jetzt erst unlängst ja wieder Tod auf dem Nil und das Ganze dann auch immer noch mit sehr prominenten Schauspielern und Regisseuren. Doch blenden wir ein klein wenig zurück. Agatha Christie wurde geboren 1890 als Agatha Miller und sie hatte einen amerikanischen Vater und eine englische Mutter. Die Familie lebte überwiegend in England und sie hatte zwei ältere Geschwister, die eine recht sorgfältige Erziehung erhalten haben. Aber die Jüngste ist da ein bisschen zunächst zu kurz gekommen, wurde lange Jahre von der Mutter unterrichtet, hat so Mädchenschulen besucht, hatte dann Teenagerträume, die in Richtung einer einer Künstlerkarriere gegangen sind. Sie wollte Musik studieren, hat Klavierstunden, Gesangsstunden unternommen, aber Auftritte scheiterten jeweils und ein bisschen Schuld daran war auch, oder vielleicht ist es sogar der Hauptgrund gewesen, sie ist unglaublich schüchtern gewesen. Nicht gerade die richtige Voraussetzung für eine Bühnenkarriere und diese Zurückhaltung hat sie, auch als sie längst eine weltberühmte Autorin war, nie ganz verloren. Sie hat sich immer im Hintergrund gehalten, hat nie eine große Sache darum gemacht, auch als sie schon weltberühmt gewesen sind. Und viele Menschen, ich habe selber einmal mit in den 80er Jahren mit einigen Kollegen gesprochen, die sie noch persönlich erlebt hatten. Und viele haben gar nicht mitbekommen, dass die etwas bescheidene, bescheiden auftretende ältere Dame an der Seite ihres erfolgreichen Archäologengatten, die Autorin Agatha Christie gewesen ist. Also das vielleicht eine einzige kleine Episode scheint es zu geben, die auf ihre spätere Karriere hindeutet. Sie hat mit ihrer älteren Schwester Madge eine Wette abgeschlossen darüber, ob es ihr gelingen würde, einen Kriminalroman zu schreiben. Und hat sich natürlich dann auch von der Älteren so ein bisschen herausgefordert, gefühlt, die nämlich gesagt hat, sowas schaffst du nie. Und das Ganze ist dann auch zunächst wieder in Vergessenheit geraten. Aber das ist schon mal ein früher Hinweis auf ihre spätere Bestimmung, sozusagen. Sie hat dann, ist dann eine erste Ehe eingegangen, 1914 mit Archibald Christie. 1919 kam ihre erste und einzige Tochter Rosalind auf die Welt. Aber sie war, sie war so nicht ganz glücklich. Ihr Mann reiste viel in der Weltgeschichte herum. Sie saß alleine zu Hause. Und dann gab es auch sehr kritische Situationen in der Familie. Der Vater hat sich verspekuliert. Die an sich sehr, ja, im Wohlstand lebende Familie musste sich einschränken, was nicht einfacher geworden ist durch den frühen Tod des Vaters. Und als dann auch noch ihre Mutter 1926 starb und sie das Elternhaus räumen musste, kam es zu einem Zusammenbruch. Und es passierte jene Geschichte, die bis heute eigentlich nicht aufgeklärt ist. Agatha Christie verschwand für einige Tage. Und man befürchtete schon das Schlimmste. Sie war mit dem Auto weggefahren und man fand das Auto irgendwo abgestellt. Und es gab dann auch eine polizeiliche Vermisstenmeldung. Und man suchte regelrecht nach ihr. Und das, worauf man sich dann hinterher einigte, sie wurde in einem Hotel entdeckt, in dem sie sich pikanterweise unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes, das kam nämlich auch noch dazu, eingemietet hatte. Also ein gewisser Zynismus oder Sarkasmus scheint ihr durchaus dann auch gelegentlich zu eigen gewesen zu sein. Und man hat sich dann in der offiziellen Version darauf geeinigt, dass sie eine Art Nervenzusammenbruch gehabt hat und keine Erinnerung mehr an diese Zeit. Es ist übrigens auch eine Episode, auf die sie selbst nicht eingegangen ist. Also in keiner ihrer biografischen Äußerungen macht sie jemals eine Anmerkung darüber, wo sie nun tatsächlich gewesen ist. Sie hatte während des Ersten Weltkrieges, so wie das damals üblich gewesen ist, in einem freiwilligen Hilfskomitee gearbeitet und interessanterweise in einer Apotheke. Zuerst als Schwester, dann aber in einer Apotheke. Sie hat dann auch sich weitergebildet, verschiedene Prüfungen abgelegt und selbst Spezialisten haben ihr dann später bescheinigt, dass bei ihren Giftmorden, die sie besonders zahlreich zu inszenieren wusste, rein chemikalisch sozusagen, was die Wirkung der Gifte betroffen hat, wie sie sie beschrieben hat, überhaupt was es für Gifte gibt, dass das immer alles absolut exakt und genau gewesen ist. 1920 ist dann ihr erster Roman erschienen, The Mysterious Affair of Styles, auf Deutsch dann das fehlende Glied in der Kette. Und sie hat damit dann auch das erste Mal eine Person agieren lassen, nämlich ihren belgischen Detektiv Hercule Poirot. Der ist also von Anfang an mit dabei. Es sollten dann an die 80 Geschichten mit ihm werden. Bedingt durch diese Trennung dann von ihrem Mann, sie hat sich auch scheiden lassen, fühlte sie sich dann auf einmal frei, etwas ganz anderes zu tun und ist dann 1928 das erste Mal in den Orient gefahren. Es scheint eine völlig spontane Entscheidung gewesen zu sein. Ursprünglich war Westindien angedacht gewesen und sie wirft das alles über den Haufen und entscheidet sich das erste Mal mit dem Orient Express zu fahren und macht sich also auf den Weg über Istanbul dann schließlich nach Bagdad zu gelangen. Es ist die erste ihrer unzähligen Fahrten mit diesem Zug gewesen im Schlafwagenabteil und mit einer Menge Gepäck. Sie hat auch versucht und das ließ sich unglaublich amüsant, eine geeignete Kleidung zu finden, aber irgendwelche Traveller-Shops hat es damals noch nicht gegeben und es wird dann mühsam, sich entsprechend auszurüsten. Es gibt das Gerücht, dass sie dann später immer mit ihrer eigenen Klobrille gereist sei, um auch ihren hygienischen Bedürfnissen entsprechend Folge leisten zu können. Allerdings wird das durch Äußerungen von ihr in ihrer Biografie nicht bestätigt. Schon bei ihrer ersten Reise gelangt sie nach Ur und auf die Grabung des Ehepaars Wooley, Leonard und Catherine Wooley. Und man fühlt sich gegenseitig ein wenig geschmeichelt und sie verlässt, heißt, dass die Grabung mit der ausdrücklichen Leitung der Ehefrau, die übrigens selber auch Archäologin gewesen ist, des Leiters der Ausgrabung, Catherine Wooley, doch möglichst bald wiederzukommen. Und das hat sie dann auch getan. Und auf dieser zweiten Reise begegnet sie Max Mellowen, dem damals 26-jährigen Assistenten der Wooleys, der zuvor nicht auf der Grabung gewesen war, Schicksal, weil er frühzeitig nach Hause zurückkehren musste wegen einer Blinddarmentzündung. Warum das Ganze so ausführlich? Der junge Assistent wird abgeordnet, den Gast zu betreuen. Und das scheint er recht gerne gemacht zu haben. Sonst ist die Gästebetreuung auf Grabungen so nicht unbedingt die große Leidenschaft der Mitarbeiter. Und er zeigt Agatha Christie nicht nur das Leben im Camp, sondern er macht mit ihr auch ausführliche Ausflüge. Hier rechts sehen Sie ihn in einer Aufnahme aus dieser Zeit mit dem Scheich Hamoudi. Und dieser Scheich wird dann Max Mellowen noch viele, viele Jahre auch auf weiteren Ausgrabungen begleiten. Einer dieser Ausflüge mit dem Grabungsauto endet in einem Wadi bei strömendem Regen. Und es ist überaus mühsam, diesen Wagen wieder flott zu bekommen. Und man muss schließlich auf freiem Feld sehr unbequem übernachten. Und Agatha Christie hat das völlig klaglos hingenommen. Und es muss wohl tatsächlich dieses Erlebnis gewesen sein, dass Max Mellowen dazu bewogen hat, sich in diese Frau zu verlieben. Und die Entscheidung zu treffen, mit dieser Frau möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. Und wie wir hören werden, er hat dies dann auch getan. Zunächst jedoch gab es gewisse Probleme. Agatha Christie war zu dieser Zeit immerhin schon 40 Jahre alt, also 14 Jahre älter als ihr Mann. Ein damals sicherlich noch ungewöhnlichere Situation, als das, als das es heute wäre. Und sie wollte auch zunächst überhaupt nicht. So nach dem Motto, ich habe jetzt eigentlich die Nase voll. Ich bin gerade aus einer unglücklichen Beziehung herausgekommen mit einem blauen Auge. Ich möchte mich eigentlich nicht schon wieder binden. Und dann hat wieder eine Krankheit zugeschlagen, in dem Sinne, dass es schicksalhaft wäre. Sie erfährt, dass ihre damals etwa elfjährige Tochter Rosalind, die in England zurückgeblieben war, schwer erkrankt ist. Und sie will sofort nach Hause und bricht also überhastet auf. Und Max Mallowen bietet sofort an, er wird sie begleiten. Und tut das auch, was sicherlich dem Verhältnis zu seinem Dienstherrn nicht unbedingt positiv sich ausgewirkt hat. Und er begleitet sie zurück nach England und macht ihr dann relativ bald den ersten Heiratsantrag. Sie widersteht, doch nach einem halben Jahr gibt sie nach. Und tatsächlich, sie heiraten noch 1930. Und dieses Bild hier, das jetzt nicht von diesem ersten Ausflug stammt, da war sonst niemand dabei, die beiden in einer blühenden Wiese, ist insofern recht typisch, weil beiden, und das ist für Archäologen nicht unbedingt selbstverständlich, jeweils eine tiefe Liebe zu dem Ort und zu dem Land und zu dessen Bevölkerung entwickelt haben, indem sie dann gerade gearbeitet haben. Und sie hat das oft auch formuliert und sie hat das oft fotografiert. Und wir werden nachher sehen, in welcher Weise sie das noch verewigt hat, diese sehr, sehr spezielle Beziehung zum jeweiligen Grab, zum jeweiligen Land ihrer Grabungen. Sie hat speziell diesen Teil ihres Lebens, also die Zeit, in der sie auf Grabungen war, grob gesagt zwischen 1928 und 1958 in einem speziellen Bändchen beschrieben. Die deutsche Version, Erinnerung an glückliche Tage, hat auch schon mehrere Auflagen erfahren. Und da geht sie stärker als natürlich und intensiver und sehr, sehr detailreich auf ihre Zeit, auf diesen Grabungen an, schildert den Grabungsalltag mit vielen wirklich zauberhaft beobachteten Anekdoten. Denn das war ihre Spezialität. Es sind nicht die großen Abenteuer, sondern ihre Beobachtungsgabe. Und in ihrer Beobachtungsgabe ist sie eigentlich das genaue Vorbild für ihre späteren Detektivfiguren. Sie konnte aus kleinen Beobachtungen ganze Geschichten entwickeln und hat sich das Personal für viele ihrer Romane oder eigentlich für alle ihre Romane immer aus ihrer unmittelbaren Umgebung gezogen. Auch wenn das nicht immer ganz, ja, wie soll man sagen, wenn die natürlich nicht unter dem Namen aufgetaucht sind, wenn das dann verfremdet wurde. Aber die Situation als solche, die hat, die geht eigentlich fast immer auf tatsächliche Erlebnisse zurück. Bevor wir auf ihre Romane eingehen, wollen wir uns vielleicht ganz kurz die verschiedenen Stationen ihres archäologischen Lebens anschauen. Und da wäre nun an erster Stelle Niniveh zu nennen, wo ihr Mann im folgenden Jahr, nämlich 1931, angeheuert hat. Und zwar bei Reginald Thompson. Den kannte er schon seit seiner Zeit in Ur. Und in Ur war eine weitere Zusammenarbeit mit den Woolies nicht mehr möglich. Und das lag an deren schwierigen Charakteren. Zwar hatte Catherine Woolie ja Agatha Christie zunächst einmal selbst eingeladen. Aber ob man eine berühmte Schriftstellerin zu Besuch hat oder ob dann diese Schriftstellerin als Ehefrau eines Mitarbeiters des eigenen Mannes ins Haus kommt und dann auch ja nicht nur für einige Tage, sondern für die ganze Grabungskampagne vor Ort bleibt, das macht einen ganz schönen Unterschied aus. Und sie war wohl eine sehr kapriziöse Frau. Übrigens durchaus eine Vorreiterin von Frauen in der Archäologie. Aber sie konnte halt keine zweite Frau neben sich haben. Und eine, die vielleicht sogar genauso bekannt war oder noch berühmter als sie. Also das ging schon mal, das ging schon mal gar nicht. Und es gab Krach und es gab Stunk. Und man ist also nicht unbedingt so im Frieden geschieden. Agatha Christie hat das nicht unbedingt in ihren verschiedenen biografischen Texten betont. Aber wir werden nachher hören, auf welche Weise wir doch relativ gut über diesen Zwist Bescheid wissen. Also Niniveh, auf der Grabung war Agatha Christie, zunächst einmal noch nicht als Mitarbeiterin, sondern als Gast. Und wir haben hier rechts im Bild einen richtig geschriebenen Vertrag unterzeichnet eben vom Grabungsleiter Thompson, in dem also genau festgelegt wird, was ihre Rechten und Pflichten gewesen sind und in welcher Art und Weise sie da beteiligt ist und was sie auch dafür zahlt. Sie hat immer übrigens auch auf den Grabungen ihres Mannes dazu gleich dafür gezahlt. Also sie war da nirgends auf einem gut situierten Urlaub, um da kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Die Grabung in Niniveh ist für ihren Mann, für Max Mellowen, ein weiterer Schritt in Richtung Unabhängigkeit und Anerkennung als Archäologe gewesen. Wir erinnern uns ja, dass er immer noch keine 30 ist und zwar hier durch das Bild auf der linken Seite angedeutet, seine Tiefengrabung. Er hat hier zum ersten Mal einen wirklichen Schnitt in die Tiefe gemacht und das ist auch dann eine relativ gefährliche Sache geworden. Und aus dieser Arbeit resultierte dann auch sein Interesse für die frühen Kulturen. Alles, was später als 2000, 1000 vor Christus war, war für ihn völlig uninteressant. Römische Ruinen, frühchristliche Städten, das hat ihn alles kalt gelassen. Es musste immer in die Vorzeit hinabgehen. Und Agatha Christie kommt hier nun erstmals mit der Keramik dieser Zeit in Kontakt, für die sie ein besonderes Interesse erwirkt. Sie macht dann sogar Zeichenkurse, sie macht Fotografierkurse. Also sie lernt wirklich das Handwerk, das praktische Handwerk des Archäologen, um da künftig ihrem Mann auch zur Seite stehen zu können. Die nächste Station der beiden ist dann Apatia. Und auch hier ist es wieder die frühe Keramik, die sie begeistert. Und sie hat nun angefangen, sie hat ihren ersten großen Erfolg gehabt. Sie ist zu Geld gekommen. Sie ist eine wohlhabende Frau in der Zwischenzeit. Und sie übernimmt nun nicht nur in der Grabung ihre eigenen Unkosten, sondern sie gibt auch kräftige, großzügige Zuschüsse für Essen und Ausflüge der Mitarbeiter an den grabungsfreien Tagen. Und sie ist außerdem eine anonyme Spenderin. Also es hat bei den Grabungen immer eine anonyme Spende gegeben. Es ist nicht ganz klar, ab wann ihr Mann das tatsächlich wusste in den ersten Jahren. Wohl tatsächlich nicht. Und da er zu jener Zeit noch ein junger, aufstrebender Archäologe mit einem sehr, sehr knapp bemessenen Budget gewesen ist, dürfte das nicht ganz unentscheidend auch für seine spätere Karriere gewesen sein, dass da immer so ein kräftiger Zuschuss gekommen ist. Und wir sehen es ja hier schon an der Größe der Grabungsmannschaft, dass er sich doch dadurch mehr an Mitarbeitern leisten konnte, dadurch natürlich auch mehr geschafft hat, erfolgreicher gewesen ist, also auch rein quantitativ als andere und dadurch eben doch immer weiter reüssieren konnte. Die nächste Station, wo sie gleich zwei Jahre bleiben werden, ist dann Chaga Bazar, was sie sich auch immer durch erschlossen haben, durch Ausflüge, durch Exkursionen in den Jahren zuvor haben sie sich dann die Grabungsorte der folgenden Jahre ausgesucht. Und Agatha Christie ist also in der Zwischenzeit nicht nur Zeichnerin, sondern sie ist auch die Grabungsfotografin. Wohlgemerkt, sie knipst nicht in der Grabung, sondern sie ist wirklich die anerkannte Grabungsfotografin. Und dazu vielleicht ein kleines Zitat aus ihren Erinnerungen an glückliche Tage. Ich habe jetzt sehr viel zu tun, da ich außer dem Zusammensetzen der Töpfe mich auch um das Entwickeln der Fotos kümmere. Eine Dunkelkammer wurde mir zugewiesen, die ein bisschen den verschwiegenen Örtchen des Mittelalters ähnelt. Dort kann ich weder sitzen noch stehen und beim Entwickeln der Platten krieche ich auf allen Vieren herum oder knie mit gebeugtem Kopf fast erstickt vor Hitze, tauche ich daraus auf und kann mich nicht mehr gerade halten. Also es ist nicht gerade der große Luxus gewesen, indem sie da ihre Tätigkeiten durchführt. Und es ist schon in der Publikation dieses Ortes Chagabaza gewesen, dass Max Mellowin in der Einleitung seiner Frau dankt, die während der gesamten Grabungszeit anwesend war und eben beim Restaurieren der Keramik und beim Fotografieren geholfen hat. Der nächste Grabungsort, Tel Brack, bringt dann den endgültigen Durchbruch für Max Mellowin als Archäologe, denn er findet dort hunderte, tausende dieser kleinen sogenannten Augen-Amulette, die es dann auf die London Illustrated News schaffen. Also das sind dann archäologische Berichte, die durchs ganze Land und eigentlich durch die ganze westliche Welt gehen. Man darf nicht vergessen, dass das Interesse an Archäologie in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Wir hatten 1922 die Entdeckung des Grabes von Tutankhamun und jedes Jahr aufsehenerregende Berichte über die jeweiligen Funde und offensichtlich hat das interessierte Publikum oder auch das sensationslüsterne Publikum, wie man will, eben auch durchaus Interesse für andere Grabungsorte gezeigt. Die beiden sind dann später, in späteren Jahren, wie wir hier auf diesen Fotos sehen können, immer wieder an ihre Grabungsorte auch zurückgekehrt und haben geschaut, wie es dort geht, haben auch den Kontakt zur Bevölkerung, zur lokalen Bevölkerung eigentlich nie ganz aufgegeben. Zum Teil hatten sie ja auch ihr Personal unter den Einheimischen über viele, viele Jahre hinweg, die also mit ihnen auch von Grabung zu Grabung gezogen sind. Und ich hatte schon die Familie dieses Sheikhs Hamoudi erwähnt, wo das über viele Jahrzehnte sogar so gewesen ist. Es gibt leider keine veröffentlichten Fotos von Agatha Christie als Grabungsfotografin. Wahrscheinlich dürfte das einmal damit zusammenhängen, dass man ja damals keine Handys hatte und jeder jeden fotografiert hat. Es gab halt sie als Grabungsfotografin. Und wenn jemand doch mal mit einer Kamera in der Nähe war, hat sie sich mit Sicherheit zurückgezogen und sich auch nicht erwischen lassen, sodass diese Fotos hier aus einer späteren Zeit, die sie mal mit einer Kamera zeigen, wo es eben halt so ein bisschen nach Touristenfotografiererei aussieht. Das ist sicherlich nicht das gewesen, was sie tatsächlich geleistet hat. Das gibt ein bisschen einen, gibt nicht den richtigen Eindruck wieder. Wobei die Spezialisten bei den Kamerabezeichnungen, die sie verwendet hat, sehen werden, dass es sich um absolute Profiausrüstung gehandelt hat. Die sind natürlich auch wieder das Neueste, was jeweils auf dem Markt war, was sie sich leisten konnte und was sie dann auch natürlich finanziert hat. Schon auf den vergangenen Folien waren einige der Keramiken zu sehen, die sie auch aufgenommen hat. Sie hat sie von allen Seiten fotografiert. Sie hat dann auch, sobald es möglich war, sofort Farbfotos gemacht. Aber zusätzlich zu den Objektaufnahmen gibt es von allen Grabungsorten auch die Grabungsfotos der jeweiligen Arbeitssituationen, also nicht nur Objektaufnahmen. Und hier ein paar Beispiele. Also für alle drei Aufnahmen gilt das Copyright Agatha Christie. Ebenfalls eine wichtige Rolle in der Grabung hat das Grabungsfahrzeug von allen liebevoll Mary genannt gespielt. Auch wenn diese Mary so ihre Tücken hatte und öfters mal gebockt hat. Also das, was zum Kennenlernen der beiden oder zum sich Verlieben der beiden geführt hat. Ein stecken gebliebenes Auto, ein liegen gebliebenes Auto. Das gab es doch offensichtlich viel öfters. Aber Mary war nicht nur Transportmittel, sondern sie war auch Zahlungsbüro, wie wir hier sehen. Und es gehörte ebenfalls zu den Aufgaben von Agatha, nicht nur genau auszurechnen, was welchem Mitarbeiterzustand. Zu dem Tageslohn addierten sich dann noch kleine Prämien für Fundstücke, die alle sorgfältig notiert wurden. Und sie beschreibt einmal sehr schön, wie sie die Nächte vor dem, die jeweilige Nacht vor dem Zahlungstag stundenlang da saß und alles noch einmal geprüft hat. Und das ist auch ja nicht so Reklamationen kam. Und auch die Auszahlungen selber. Es ist dann ein großes Kontorbuch sozusagen. Und die Arbeiter quittieren meistens mit ihrem Daumenabdruck, weil sie nichts schreiben können. Und hinterher gibt es immer ein großes Fest. Und das gehörte also auch zu ihren Aufgaben. Eine weitere Besonderheit, die erst vor einigen Jahren publik gemacht wurde, durch eine große Ausstellung, auf die abschließend noch hingewiesen werden wird, ist, dass Agatha Christie auch gefilmt hat. Und es gibt zwei Filme, die immer so 20 Minuten, der andere glaube ich sogar noch länger sind. Und es sind mit die ersten Farbfilme überhaupt, die es von archäologischen Grabungen gibt, die in Syrien entstanden sind. Und wo sie auch die neueste, die allererste Kamera, die sozusagen für den Handgebrauch war, verwendet hat. Es sind natürlich wunderbare Zeugnisse für die damalige Zeit. Sie hat nicht nur in der Grabung fotografiert, sondern eben vor allen Dingen auch Land und Leute. Sie hat die kurdischen Frauen, denen ihr besonderes Interesse galt, immer wieder aufgenommen und ihre Unabhängigkeit dokumentiert. Und auch die glühenden Wiesen tauchen hier wieder auf. Eine weitere spannende Sache, an der sie jedes Jahr am Ende der jeweiligen Kampagne mit beteiligt war. Das war die Fundteilung. Es ist damals üblich gewesen, dass nach der Kampagne sämtliche Funde in zwei Teile, in zwei Hälften aufgeteilt wurden. Und dass der eine Teil durfte der Ausgräber mitnehmen. Das ging dann an diejenigen, die die Grabung finanziert hatten, an das jeweilige Museum, die wissenschaftliche Einrichtung oder auch an Sponsoren. Und das andere verblieb bei der jeweiligen Altertümerverwaltung im Land. Und da gab es natürlich heftige Diskussionen schon vorher. Wie mache ich die Teilung? Und sie beschreibt das dann auch sehr schön, wie man versuchte, sich so vorher schon vorzustellen. Worauf wird der jeweils Verantwortliche wohl ansprechen? Welchen Teil wird er sich nehmen? Und wie schaffen wir es, dass wir unsere Lieblingsstücke, die wir gerne mitnehmen würden, die meisten gingen ja ans British Museum, in den scheinbar unattraktiveren Teil hineinmogeln. Und auch dazu hat sie natürlich ausführlich geschrieben. Nur eine kleine Passage. Wir haben es überstanden. Die Teilung ist vorbei. Monsieur und Madame Dunant haben geprüft, untersucht und bedacht, während wir, wie immer, gequält zuschauten. Nach ungefähr einer Stunde steht Monsieur Dunants Entschluss fest. In einer raschen, typisch französischen Geste schießt seine Hand vor. Ebia, ich nehme das hier. Wie menschlich ist es doch, dass wir uns unabhängig von der Wahl sofort wünschten, wäre nur der andere Teil bevorzugt worden. Also hier die Qualen, wenn es um die Aufteilung der Objekte geht. Das Bild auf der rechten Seite zeigt uns Agatha Christie beim Restaurieren von Keramik. Etwas, was auch schon von Anfang an eine Arbeit für sie gewesen ist. Übrigens, als einmal die Tochter sie besucht hat auf der Grabung, hat die auch gleich mitgezeichnet und hat auch gleich mitrestauriert. Und es gibt die schöne Geschichte, als in einer späteren Grabung dann in Nimrud die Elfenbeine ans Tageslicht kommen, hat Agatha Christie für diese kostbaren, unglaublich wertvollen Objekte eine besondere Technik entwickelt. Sie hat sie mit Wattestäbchen gereinigt, die sie zunächst einmal ihrem eigenen kosmetischen Arsenal entnommen hat und hat auch ihre Gesichtscreme eingesetzt, um damit eben unendlich vorsichtig die Erde, den Sand von diesen Stücken runter zu bekommen. Und wie spätere Zeiten und Restauratoren dann festgestellt haben, war das eine durchaus adäquate Technik. Und sie hat da, ja, auch da war sie wieder vorne mit dran. Und die Stücke wurden eben nicht nur einfach eingepackt und magaziniert, sondern wurden vorher auch überaus sorgfältig gereinigt. Auch zu den vielen ihrer Mitarbeiter, also europäischen Mitarbeitern, bestand ein enger und freundschaftlicher Kontakt. McCartney, der Architekt, der auch ein guter Zeichner gewesen ist, diese Zeichnung dort auf der rechten Seite von einem Ort in Syrien hing dann später im Schlafzimmer der Mellowens. Und sie hat ihn gebeten, ob er nicht Entwürfe für die Schutzumschläge ihrer Bücher anfertigen könne, was er getan hat. Und die werden zum Teil bis heute immer wieder für die Neuauflagen gedruckt. Und der andere Mitarbeiter hat dann nicht nur das Grabungshaus oder eines der Grabungshäuser zum Teil neu errichtet und andere restauriert, sondern ist dann auch in England für sie noch tätig gewesen. Anfang der 30er Jahre sind Agatha Christy Mellowen und ihr Ehemann dann auch zu einer längeren Reise in Ägypten. Und wir werden gleich hören, was das für Folgen hatte. Wollen aber zunächst noch einmal die Zeit bei den Grabungen nach dem Zweiten Weltkrieg abschließen, als Max Mellowen dann im Auftrag der British School of Archaeology in Bagdad unterwegs ist und dann eben in Nimrud gräbt und hier seine Frau beim Frühstück auf dem Balkon und sie soll dort, wie auch auf den Grabungen, einen Großteil ihrer Bücher in dieser Zeit geschrieben haben. Und das ist ein guter Übergang und wir wollen uns nun einem kleinen Teil ihrer Werke zuwenden, nämlich denen, die in irgendeiner Weise mit dem vorderen Orient bzw. mit Grabungen in Verbindung stehen. Und da ist an erster Stelle zu nennen der Mord im Orient Express oder wie er in der deutschen Version zunächst einmal hieß die Frau im roten Kimono. Und das ist ja einer der Kriminalromane, die am häufigsten verfilmt worden sind. Hier die erste Kinoverfilmung zum Beispiel mit Sean Connery links oder mit Michael Jörg vorne. Die Dame im Hintergrund in der Mitte ist Ingrid Bergmann. Und hier verarbeitet sie eben ihre Erfahrungen mit dem Orient Express und beschreibt ihn eben absolut genau wie er. Man kennt ja das dann auch aus den aus entsprechenden Ankündigungen und den ganzen Plakaten und den Bildern, die es vom Reisegepäck jener Zeit gibt. Also da kann sie ihre Reiseerfahrung voll und ganz einsetzen und kann da aus dem Vollen schöpfen. Gleiches gilt übrigens auch für den zehn Jahre später erschienenen Roman Absent in the Spring, den sie unter einem Pseudonym veröffentlicht hat, was sie manchmal getan hat, Mary Westcott. Und da geht es also auch um das Thema Reisen. Und zwar geht es da um eine Busreise und eine junge Frau gerät zwischen zwei, also auch im Orient in der Wüste gerät da durch eine ausfallende Busverbindung, wird sie so auf sich selbst zurückgeworfen. Es ist kein Kriminalroman, es ist eher ein psychologischer Roman und da geht es eben um die Busreise. Und sie ist ja auch zum Teil eben auch mit dem Bus gereist und auch da also wieder die Erfahrung des Reisens. Und auch Tod in den Wolken ist, dem liegt eine Reisesituation zugrunde und zwar im Flugzeug. Und das Flugzeug kommt denkbar schlecht weg. Und Hercule Poirot, der hier wieder einmal der ermittelnde Detektiv ist, leidet entsetzlich. Und das hat sie auch getan. Und obwohl man damals schon auch mit dem Flugzeug reisen konnte, haben sie und ihr Mann eigentlich immer, außer es war mal wirklich eine zeitliche Notsituation, das Reisen mit dem Zug ganz deutlich vorgezogen. Hier, das ist einer der Romane, das ist eine Situation, die sie sehr oft hat. Das geschlossene Zimmer, also es kann keiner von außen rein oder raus, es muss einer der Anwesenden gewesen sein. Und hier ist das geschlossene Zimmer, die Flugzeugkabine. Und der Bezug jetzt wiederum zum Orient. Das ist nur ein kurzer Flug über den Kanal. Also da, der spielt nicht im Orient. Aber es spielt ein Archäologenpaar mit und zwar Vater und Sohn, Dupont. Und die unterhalten sich. Und zwar unterhalten sie sich genau über die Keramik, die Agatha Christie bearbeitet hat. Und das zeigt dann auch sehr schön Inspektor Jepp, der da auch einer der ständig auftretenden Protagonisten, ein Beamter von Scotland Yard und über die Jahre zum Freund von Hercule Poirot geworden, hat nämlich diese beiden Duponts im Verdacht, die nämlich unmittelbar in der Nähe der Ermordeten gesessen haben und glaubt ihnen nicht, dass sie sich die ganze Zeit nur über Keramik unterhalten haben und nichts mitbekommen haben wollen. Und Hercule Poirot, der sie nicht im Verdacht hat, sagt, doch, doch, das ist so. Und das ist eben auch wieder so der Hinweis über die Einschätzung, die sie da, ihre eigenen Erfahrungen, die sie einbringt und sagt, wenn zwei Archäologen erst mal ihr Thema gefunden haben, dann sind sie nicht mehr in der Gegenwart, sondern zwei, dreitausend Jahre früher. Und er glaubt ihnen also, dass sie tatsächlich nichts mitbekommen haben und dass sie aus dem Kreise der Verdächtigen auszuschließen ist, was sich hinterher natürlich auch als richtig erweisen wird. Dann kommen wir zu einem Schlüsselroman, 1936, Mörder in Mesopotamia. Und dieser Krimi, auch wieder mit Hercule Poirot, spielt nun nur wenig verschleiert im Grabungshaus in Ur, auch wenn es dann dort ein anderer Ort ist. Und ist nun nach ein paar Jahren dann doch die Abrechnung von Agatha Christie mit Catherine und Leonard Woolley. Denn die beiden werden als sehr, sehr unsympathisch dargestellt. Und Catherine Woolley ist auch das erste Opfer. Also die hat sie erst mal als erste sozusagen geopfert. Und hier ein kleiner Spoiler. Der Ehemann erweist sich dann im Nachhinein als der Mörder. Also sie hat damit, damit war es dann aber auch gut. Aber das war eben nun ihre Art, mit dieser etwas unerfreulichen Geschichte, vor allen Dingen auch aus dem Leben ihres Mannes, abzuschließen. Ihr vielleicht bekanntester Roman ist der in Ägypten spielende Tod auf dem Nil. Ebenfalls erst unlängst verfilmt, über den man wahrscheinlich nicht sehr viel sagen muss. Es ist die Geschichte, die auf einem der Kreuzfahrtschiffe spielt. Auch hier hatte Agatha Christie eigene Erfahrungen. Denn schon als ganz junges Mädchen war sie mit ihrer Mutter in Ägypten gewesen und hatte eine solche Kreuzfahrt gemacht. Ihre Einführung in die Gesellschaft fand nämlich interessanterweise in Kairo statt. In London wäre es offensichtlich zu teuer gewesen. Das konnte sich die Mutter nicht leisten. Und Agatha Christie war an allem interessiert, auch durchaus an jungen Männern, aber nicht unbedingt am alten Ägypten, was sie vielleicht dann später ein klein wenig bedauert haben mag. Denn wir kommen nun 1937 zu einer ersten überaus intensiven Auseinandersetzung mit Altägypten. Aknaton, also Echnaton. Und das ist nun kein Kriminalroman, sondern das ist ein Bühnenstück. Allerdings ein Bühnenstück, das einzige ihrer Stücke, das bis heute noch nicht aufgeführt worden ist. Das wäre mal was. Und sie hat sich dafür wirklich ganz, ganz engagiert in die altägyptische Geschichte, in die altägyptische Kultur, Kunst, Religion eingelesen. Und zwar wirklich mit ägyptologischer Fachliteratur und in vielen, vielen Gesprächen mit Ägyptologen, die sie über die Kollegen ihres Mannes in der Zwischenzeit kennengelernt hat. Hier rechts ein Dankes, ein späterer Dankesbrief an Edwards, der 20 Jahre lang der Chef der ägyptischen Abteilung im British Museum in London gewesen ist. Dann kommt noch einmal ein kurzes Zwischenspiel mit dem Appointment with Death. Eine unglaublich komplizierte und auch etwas verworrene Geschichte. Vielleicht nicht einer ihrer besten Romane, die dann auch verfilmt worden sind, wobei die Verfilmung vom Spielplatz des Romanes, nämlich der antiken Stadt Petra, wegverlegt wurde nach Syrien, was der Geschichte auch nicht wirklich geholfen hat. Aber kommen wir jetzt zum einzigen Roman von Agatha Christie, der nicht im 20. Jahrhundert spielt, nämlich Death Comes as the End. Und das ist ein Roman, der in Ägypten spielt. Die deutsche Übersetzung rechende Geister ist mehr als unglücklich, worauf ich aber dann noch etwas später eingehen werde. Und für diesen Roman nun ist sie fast zur Ägyptologin geworden. Einer der besten Freunde von Max Mellowen war in der Zwischenzeit nämlich Stephen Glenville geworden. Er hatte ihn im Krieg kennengelernt, sozusagen ein Kriegskamerad. Und er war dann bis zum Ende seines Lebens einer der besten Freunde der Mellowens. Und von ihm übrigens stammt auch die Anregung zu diesem Roman. Er hat gesagt, Agatha, du musst jetzt endlich mal ein Buch schreiben, das im alten Ägypten spielt. Du weißt so viel drüber, mach das. Sie hat zuerst da noch durchaus gezögert, aber ist dann so weit gegangen, also die müssen das unheimlich diskutiert haben, dass sie sogar den Plot der Geschichte mit ihm diskutiert hat. Und er hat ein anderes Ende vorgeschlagen, als sie es hatte. Und sie ist zunächst seinem Rat gefolgt. So ist das Ganze publiziert worden, hat aber hinterher dann doch es bedauert und gesagt, vielleicht hätte ich doch mein Ende der Geschichte nehmen sollen. Die Schauplätze, die kannte sie. Ich hatte ja vorhin schon Bilder gezeigt von einer Ägyptenreise. Als junges Mädchen war sie dort gewesen. Also das kannte sie alles aus eigener Anschauung. Und dann folgte sie der Anregung von Glenville. Und er hat ihr, und jetzt kommt das wirklich Interessante, er hat ihr eine Erstübersetzung eines Papyrusfundes zugänglich gemacht. Und zwar, und das ist das Pikante an dieser Geschichte, hat er ihr, das war eine Übersetzung des ebenfalls britischen Kollegen Gunn, die dann aber eben nicht publiziert wurde zunächst einmal. Sie hat diese Papyri verarbeitet zu einem Roman und diesen Roman veröffentlicht, bevor die wissenschaftliche Publikation erfolgte. Und das hat doch einen kleinen Skandal ausgelöst. Denn in einer durchaus ernstzunehmenden Besprechung ihres Romanes in der der renommierten Chronique des Gyptes schrieb dann ein Kollege, dass er sich doch sehr verwundere, dass diese Papyri zunächst einer Schriftstellerin dienen, bevor sie der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Oder um es französisch zu sagen, serve d'abord un romancier avant d'être misse à la disposition de la science. Also das hat man doch mit einer gewissen Kritik hier vermerkt. Und heute sieht man das anders, heute sieht man das etwas lockerer, aber diese Papyri, die sie eben schon in den 40er Jahren hier verwendet hat, sind dann eben erst von James oder Nachfolger von Edwards am ägyptischen Department in London erst 1962 dann tatsächlich zum ersten Mal veröffentlicht worden sind in der Übersetzung, die auf Gun basiert. Was haben wir hier vor uns? Diese Papyri, diese Hekanacht-Papyri wurden in Derel Bachari gefunden, also im Talkessel, dessen Abschluss der Tempel von Hatschepsut bildet, hier in einem Foto von Max Mallowen. Und gefunden wurden diese Papyri von der Egyptian Expedition des Metropolitan Museum of Art unter Herbert Winlock 1921-22. Und zwar in der nördlichen Hügelkette, die den Abschluss dieses Wadis bildet. Und wir haben hier den Plan dieses Gebietes und ganz rechts außen auf diesem Plan können Sie die Nummer 315 erkennen. Das ist das Grab eines Visieres namens Ippi. Und im Vorhof dieses Grabes gibt es eine etwas spätere Bestattung. Das ist die Grabnummer TT, also Thiebentum 516b, eines Mannes namens Messig, der wahrscheinlich der Totenpriester am Grab des Visiers gewesen ist. Die Datierung des Ganzen geht ins frühe mittlere Reich, in die elfte Dynastie, um 1950 vor Christus. Der Papyrus ist datiert, es ist sogar genau 1949 vor Christus. Und das Grab wurde unter Mento Hotep dem Ersten und dann die Papyri kurz später unter Mento Hotep dem Zweiten hergestellt. Es sind insgesamt vier Briefe, drei Abrechnungen und einige Fragmente. Die sind noch gesiegelt gewesen. Also das heißt, sie haben ihre ihren Empfänger nicht wirklich erreicht. Und es sind Briefe eines Mannes namens Heka Nacht an seine Familie in Nebsid. Das ist ein Ort südlich von Theben, also hier in Oberögypten sozusagen, während er auf einer Geschäftsreise im Norden ist. Und diese Briefe sind eigentlich nicht besonders spannend. Spannend ist dann das, was sie daraus gemacht hat. Es sind wirtschaftliche Papyri, die also wirklich in penibelster Weise genaue Auflistungen enthalten, wem aus der Familie was zugesteht. Es geht um die Regelungen wirtschaftlicher Angelegenheiten wie Pacht, Getreideverteilung und Handel. Also eher so ein, ja, also nicht sehr sexy, ein bisschen tröd. Es ist natürlich sehr interessant für die Geschichte, aber man hätte also jetzt nicht unbedingt darauf kommen können, was sie, was Agatha Christi daraus macht. Was allerdings wir hier in diesem Papyri haben, die gesamte Familie wird namentlich aufgeführt, auch wenn sie dann später diese Namen ändern. Und es gibt eine Klage über eine schlechte Behandlung einer neuen Ehefrau. Und das ist das, was offensichtlich ihr Interesse ausgelöst hat. Und dann eben auch der Rauswurf eines Hausmädchens, einer Hausangestellten im Zuge dieser Familienzwistigkeiten. Und wie gesagt, gefunden, um es nochmal zu sagen, 1921, 1922, dann kam der Roman von ihr 1944, die endgültige Veröffentlichung jedoch erst 1962. Und schon 1946, ich hatte vorhin die kleine Rezension oder einen Ausschnitt aus der Rezension von Jean Carpard vorgetragen, eben diese Kritik, dass man hier eben diese, dass diese Papyri verwendet wurden, bevor sie der Wissenschaft zugänglich gewesen sind. So, nun steigen wir einmal ein in den Roman. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ich will Ihnen nur den kurzen Abriss der handelnden Personen geben. Und das Entscheidende ist also, wir haben hier die Familie mit mehreren Generationen. Also wichtig ist die Großmutter, ist Esa. Und eine der Hauptpersonen ist Imhotep. Das ist eben jener, das ist sozusagen Hecker Nacht, der verreist, der die neue Ehefrau hat und der dann per Brief seine Anweisungen gibt. Hecker Nacht oder unser Imhotep hatte zwei Ehefrauen gehabt, bevor er dann mit dieser dritten jungen Ehefrau zurückkehrt, was nun die gesamte Familie in Bedrängnis bringt. Er hat drei Söhne und eine Tochter. Diese Tochter Reni Senep ist wieder an, deswegen der Name ihres Mannes in Klammern, ist wieder ins Haus ihres Vaters zurückgekehrt, da sie sehr jung Witwe geworden ist. Und diese drei, der andere, der jüngste Sohn ist noch nicht verehelicht, haben ihrerseits wieder Kinder. Und dann eben eine wichtige Rolle spielt Hennet, die hier eine arme Verwandte ist, die sich eben als Hausangestellte verdingen muss im Hause ihrer reichen Verwandten. Ganz klar wird nicht, wie das Verwandtschaftsverhältnis ist. Also das ist auch wieder das Detail, was direkt aus den Hecker Nacht der Papyri entnommen wird. Und wir haben dann noch den Verwalter, einen Schreiber, einen Priester und einen nubischen Knaben, der nur insofern wichtig ist, da er eines der Mordopfer darstellt. Und insgesamt, ich werde Ihnen jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, insgesamt haben wir es hier mit sieben Morden zu tun, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und es ist tatsächlich einer der Romane mit den meisten Opfern, wenn nicht sogar, ich glaube sogar der Roman mit den meisten Opfern. Hier eine Stele aus unserem Museum, aus dieser Zeit in etwa, wo wir nun auch in den zwei Bildregistern die großen Familien, jeweils die Eltern links und die Söhne und Töchter auch wieder mit Kindern rechts sehen. Das sind so die typischen Stelen mit ihren Genealogien aus dieser Epoche. Da sieht man die enge Beziehung zum Hecker Nacht, zu den Hecker Nacht Papers und kann also auch, sieht also auch schon hier, wie da die Zeit wirklich eine Rolle gespielt hat. Und was ich wirklich bewundernswert finde, ist, wie es Agatha Christie gelungen ist, erst mal komplett in der Zeit zu bleiben, einen unglaublich spannenden Kriminalfall zu schildern, aber dazu noch eine ganz tolle, atmosphärisch auch sehr eindrucksvolle Schilderung dieser Zeit abzugeben. Also nicht nur, sage ich mal, Land und Leute, sondern auch, was wirklich die Atmosphäre betrifft. Und es gibt ja einige Ägyptologen, die auch als Schriftsteller tätig sind. Nicht allen gelingt es, eine solche Atmosphäre zu schaffen. Also das ist schon was Interessantes und ich kann eigentlich das Lesen dieses Romanes, dieses Krimis durchaus auch Leuten mit Vorkenntnissen durchaus empfehlen. Sie werden ihren Spaß daran haben. Zum Abschluss oder als Höhepunkt des Vortrages ein bisschen die Vorgehensweise von Agatha Christie auf den verschiedenen Ebenen, wo man eben auch sieht, wie geschickt sie ihre erworbenen ägyptologischen Qualitäten, ihr Wissen einsetzt. Die Kapitelüberschriften sind als Datum angegeben und zwar gemäß der Art, wie sie in altägyptischen historischen Texten oder auch auf Stelen angegeben werden. Und so steht über dem ersten Kapitel zweiter Monat der Überschwemmung, 20. Tag. Das ist die sogenannte Achtjahreszeit und über dem letzten Kapitel steht zweiter Monat des Sommers, also der Shemu-Jahreszeit, 17. Tag. Und das bedeutet, dass der ganze Roman in knapp acht Monaten spielt. Außerdem hat sie viele Bemerkungen, ich will jetzt nur einige davon hernehmen, die übrigens in der englischen Originalversion deutlicher sind. Sie sind oft in der, aus Unwissen sicherlich, in der deutschen Übersetzung verloren gegangen und müssen da mühsam wieder rausgetüftelt werden. Also im Hotep, Hecker Nacht, sagt einmal, als der Fluss tief stand und Hungersnot uns bedrohte, sorgte ich da nicht dafür, dass euch aus dem Süden Lebensmittel geschickt wurden. Und das ist eben eine Anspielung auf die erste Zwischenzeit, als da wirklich eine Hungersnot herrschte und auf einen sehr bekannten Text aus dem Grab des Anttifi. Und Hori, der Schreiber, sagt einmal zur weiblichen Hauptperson, schau Reni Senep, dies ist Ägypten unsere Heimat, die der Krieg in kleine Königreiche zerstückelt hat. Aber bald wird es ein geeintes Land sein, Ober- und Unterägypten in ein Reich verschmolzen, das seine frühere Größe erlangt, wie ich hoffe und glaube. Und das ist nun ein Hinweis auf die Reichseinigung unter Mendehotep II. Und auch wieder ein indirektes Textzitat aus der Lehre des Mefati. Und die Großmutter sagt einmal zu ihrem Sohn, das ganze Leben ist ein Spaß im Hotep und der Tod lacht zuletzt. Wird nicht bei jedem festgerufen, esst, trinkt und seid fröhlich, denn morgen werdet ihr sterben. Und das ist ein genaues Zitat aus dem Harfner Lied, das ebenfalls aus dieser Zeit stammt, wenn auch erst später niedergeschrieben. Aber vom Gedankengut her und das ist dieses, das ist die erstmalige, das erstmalige Auftreten des sogenannten Carpe Diem-Motivs. Also esst, trinkt, denkt nicht ans Jenseits, es ist nämlich niemals jemand von den Toten zurückgekehrt. Und auch bei vielen Beschreibungen sieht man, dass sie ganz bestimmte altegyptische Bilder vor Augen gehabt hat, wenn sie etwa das Begräbnisritual enden lässt mit den Sätzen. Die letzten Zeremonien waren beendet, die Beschwörungen gesprochen. Montu, ein Priester des Hathortempels, ergriff den Besen und fegte sorgfältig die Kammer aus, indem er einen Zauberspruch murmelte, um die Fußspuren aller bösen Geister zu entfernen, ehe die Tür für immer geschlossen wurde. Und genau dieses Ritual finden wir auch immer wieder einmal in den Tempel oder auch in den Grabmalereien dargestellt. Und jetzt noch ein paar ganz kurze Zitate, um auch zu zeigen, wie sie direkt aus altägyptischen Bildern, die man eben nach ihren Formulierungen ganz einfach finden kann, wie sie gearbeitet hat. Und da möchte ich doch jetzt mal einen ganz Großen der Literatur erwähnen, nämlich Thomas Mann. Der hat ganz genauso gearbeitet wie sie, nur dass er nicht den regen Kontakt zu den Ägyptologen hatte, aber er hatte ägyptologische Beratung und wir kennen die Bücher, aus denen er geschöpft hat und können auch immer genau feststellen, so als kleine Puzzlestücke, als kleine Versatzstücke dieses Bild, eine kurze Beschreibung, die bei ihm manchmal weniger kurz ausfällt als bei Agatha Christie, aber es ist von der Herangehensweise, von der Arbeitsweise ganz exakt dasselbe. Etwa zum Garten, da schreibt sie, da gab es einen künstlichen See, umgeben vom blühenden Oleander und Jasmin und beschattet von Sykomoren. Genau, und das ist eine Darstellung, die sie kannte, die war nämlich im Original im British Museum. Oder zu dem Schiff, ja, da war das Boot mit dem großen Segel, das der Nordwind blähte. Und dann erkannte Reni Sennep ihren Vater, der eine Lotusblüte in der Hand hielt, neben ihm saß eine Gestalt. Das wird dann die zweite Frau sein. Oder die Ausfahrt ins Papyrusdickicht. Reni Sennep, magst du mit mir eine Vergnügungsfahrt auf dem Fluss machen? Das wollte ich schon immer mit dir tun, sagt Kameni, der Verwalter. Willst du mit mir zum Fluss kommen? Ja, Kameni, ich komme mit dir. Und wir wollen auch Teti, die Tochter, mitnehmen. Diese Szene, die altägyptische Szene, ist eine verklausulierte Darstellung einer Liebesbeziehung, sogar des Zeugungsaktes. Und genau das spielt nämlich auch bei Agatha Christie mit. Denn Kameni, das wird einer der Männer sein, die dann um Reni Sennep werben. Also hier ist schon mal ein ganz eindeutiger Hintergedanke. Auch einzelne Objekte werden genau beschrieben. Eine Kette, die eine wichtige Rolle spielt. Und die dreireihige Perlenkette mit den goldenen Löwen war ein Geschenk von mir, erklärte Imhotep. Niemand sonst besitzt einen solchen Schmuck. Er war kostbar und ungewöhnlich. Agatha Christie wird ihn aus der Publikation oder vielleicht sogar im Original gekannt haben. Dazu steht ein ähnliches Stück, das sie nicht gekannt hat, aber in diesem Kontext gehört. Ein kleiner, ein Miniaturlöwe aus einem Schmuckstück bei uns im Museum. Eine wunderbare Beschreibung eines Holzspielzeugs im Original im British Museum. Reni Sennep bemerkte, dass Teti, ihre Tochter, mit einem hölzernen Löwen spielte, dessen Maul sich mittels einer Schnur öffnen und schließen ließ. Ein Spielzeug, mit dem sie selber als Kind sich gern beschäftigt hatte. Und hier hält ein Stück aus dem eigenen Haus als Vorlage her. Sie kannte die Dinge, die in großen Mengen etwa im Metropolitan Museum vorhanden sind. Die Erwähnung eines Leinenstoffes. Jetzt muss ich aber gehen und Acht geben, dass das Datum im Linnen richtig eingezeichnet wird. So unachtsam sind diese Weiber, das sagt die Hausangestellte Hennet. Und tatsächlich haben diese Leinenstoffe, die als Grabbeigabe gedient haben, sowohl Datumsanzeigen als auch oft Anzeigen der Qualität des Leinenstoffes. Also etwas, wo sie ganz genau hingeschaut hat. Zur Schale daneben, die einen Text trägt, von dem wir gleich hören werden, was er beinhaltet, denn genau das tut dieses Original in London auch. Die Beratung im Tempel war beendet. Hori und die beiden Tempelschreiber hatten die Bittschrift an im Hoteps verstorbene Gattin Aschayet aufgesetzt. Übrigens sogar ein Name aus, wie er im Mittleren Reich typisch ist. Nachdem Hori das Schreiben verlesen hatte, nickte Mersu beifällig. Gut ausgedrückt. Nichts ist vergessen worden. Der Geist Aschayets wird sich gewiss des Hauses erbarmen. Imhotep erhob sich. Ich danke dir, heiliger Priester. Wollen wir übermorgen die Schale mit der Inschrift in der Opferkammer des Grabes niedersetzen? Dahinter steht die Vorstellung, dass es tatsächlich, und wir kommen jetzt in einen etwas magischen Bereich, wobei Magie nicht unbedingt etwas Negatives ist, dass der Ägypter die Vorstellung von, nennen wir es einmal, Wiedergängern hatte. Und um was es hier geht, zeigt eine weitere Textpassage, die ein bisschen vorher anzusetzen ist. Imhotep warf die Arme Empor. Ich habe mein Weib gut behandelt und der Toten alle Ehren erwiesen, ohne Kosten zu scheuen. Ich wollte ihr größere Gunst erweisen als meinen eigenen Söhnen. Warum kehrt sie nun aus der Unterwelt zurück und verfolgt mich und meine Familie? Also die Vorstellung, dass ein Toter, wenn man ihn vielleicht nicht richtig behandelt hat, an Grabbeigaben oder Opfergaben gespart hat, wieder in die Welt der Lebenden eingreifen kann, negativ, aber auch positiv. Und dazu sagt dann Hennet zu Reniseneb, dein Vater trägt sich mit der Absicht, deine Mutter anzurufen. Das hat Merso, der Priester, ihm geraten. Hori ist schon damit beschäftigt, den Brief an die Toten abzufassen. Also hier sehen wir, dass hier auch was dann die Formulierungen betrifft, wirklich sie sehr tief in altegyptische Vorstellungen eingestiegen ist und auch diese ganzen, wie soll man sagen, diese Atmosphäre des ein bisschen Unheimlichens, der Wiedergänger der Zombies und der Beschwörungen, der Schwarzen und der Weißen Magie, das trägt für weite Stellen den Roman. Kommen wir nun noch zu einem weiteren, sehr wichtigen Zitat. Und dieses Zitat stammt aus der Lehre des Tahote. Wundert uns nicht, dass das auch ein Papyrus aus dem British Museum ist. Es ist eine der sogenannten Weisheitslehren, eine Literaturgattung, die in die fiktionale Rahmenhandlung eingebettet ist, dass ein Vater, kann auch manchmal der König, der Thronfolger sein, seinem Sohn gute Ratschläge gibt. Und hier ist es die Großmutter, ihre Stimme wurde dunkler, als sie weiter zitierte, so etwas wie ein Traum und am Ende kommt der Tod. Und in der 18. Maxime, im 18. Kapitel, wenn man so will, des Tahotep heißt es, winzig ist das Vergnügen nur, wie ein Traum, das Ende aber bringt der Tod. Death comes as the end. Also die direkte Anspielung, winzig ist das Vergnügen nur, die neue Ehefrau, aber dann kommt der Tod. Und da sieht man, dass natürlich der englische Titel, der hier ein Originalzitat aus dem Altägyptischen bietet, sehr viel schöner ist und auch sehr viel mehr Agatha Christie entspricht, als diese rächenden Geister, die eigentlich nur in die Irre führen. Auch zum Beispiel die Liebeslieder werden, es entspannt sich dann ein freundschaftliches Verhältnis, zu Hori, das dann später zu Liebe werden wird und zu Kameni. Und das ist guter Anlass kräftig in den Liebesliedern der alten Ägypter, Papyrus Harris, die ein wenig auch zu zitieren, wenn es etwa heißt, gib mir mein Weib heute Abend, ihre Schönheit dämmert herauf, sie ist schön wie eine Lotusblume. Also das ist auch ein mehr oder weniger direktes Zitat, jedenfalls entspricht es den Formulierungen, die wir in den Liebesliedern haben. Kommen wir zum Schluss. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, die Grabung dann in Nimrud 1949, also nach dem Krieg bis 1958. Es wird die letzte Grabung von Max Mallowen sein. Es gibt eine Revolution dort vor Ort und mit den neuen Machthabern kann sich Max Mallowen nicht so richtig anfreunden. Er war halt doch ein Kind der Kolonialzeit gewesen. Die Grabung selber geht weiter, aber damit verabschiedet sich das Ehepaar Christy Mallowen aus der Feldarchäologie. Die Publikationsarbeit hat er, wissenschaftliche Arbeit hat er natürlich weitergeleitet. Und hier vielleicht noch ein Bild von den Funden. Ich hatte schon diese Elfenbeine aus den sogenannten Nimrud Ivories, die Agatha Christie mit Gesichtscreme gereinigt hat und die aufgeteilt wurden, dann zwischen London und Bagdad und wirklich fantastische Stücke. Und mit diesen Stücken hat er hat dann sozusagen Mallowen auch endgültig Weltruhm erlangt. So muss man es auch sagen. Eine späte Aufnahme zeigt ihn vor einer der Stelen, die er in Nimrud entdeckt hat. Er hat die Arbeit eigentlich von Lear, der 100 Jahre vorher ja dort eigentlich nicht als Archäologe gearbeitet hat, sondern mehr oder weniger geräubert hat und alles abgeräumt hat und die Stücke ins Ausland gebracht hat. Jedes größere Museum kann Stücke aus Nimrud aufweisen. Und er ist dann auch für seine Arbeit geadelt worden von der Queen. Und wenige Jahre später ist auch Agatha Christie zur Dame Agatha Christie ernannt worden. Und eine Petitesse vielleicht am Rande, aber die doch ihre Wertschätzung zeigt, ist das Bild auf der rechten Seite, das von niemand Geringerem als Oskar Kokoschka stammt. Und er hat Interesse daran gehabt, Agatha Christie zu porträtieren. Und als Ausklang hier das Ehepaar, beide nun in den Adelsstand aufgerückt, ihr Wohnsitz auf dem Lande. Und als Agatha Christie völlig friedlich einmal nach dem Mittagessen im Alter von 86 Jahren einschläft und damit natürlich ihren 14 Jahre jüngeren Ehemann überlebt hat, hat er nur formuliert, wie werde ich sie vermissen. Also das ist wirklich eine jahrzehntelange Liebe gewesen. Ich möchte nicht schließen, ohne auf den Katalog zur Ausstellung Agatha Christie und der Orient hinzuweisen, dem ich vieles für diesen Vortrag verdanke, vor allen Dingen dann auch die Bilder. Diese Ausstellung und auch der Katalog wurden damals verantwortet von Charlotte Trümpler vom Ruhrland Museum Essen, wo die Ausstellung 2000 bzw. 1999-2000 ihre Premiere hatte. Sie wanderte dann nach Wien, nach Basel, nach Berlin und schließlich nach London. Auch damals schon war Matthew Pritchard der Enkel von Agatha Christie in die Arbeit mit eingebunden und vielleicht hat einer oder der andere von Ihnen auch die Fernsehsendung dazu gesehen, die vor einiger Zeit auch bei uns wiederholt wurde. Also da kamen noch viele, viele Originaldokumente ans Tageslicht. Wenn es Ihnen gelingt, diesen Band wird antiquarisch zu finden sein, in die Hände zu bekommen. Da ist noch viel, viel mehr drin und es ist eine ebenso spannende Lektüre wie Agatha Christie selbst. Vielen Dank. Vielen Dank.